ja hallo kommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu live spater zum system ja in der letzten folge haben wir pendrago erkundet und sind dieser komischen tosse hier begegnet die uns gedroht hat dass wir ihr helfen sollen und was weiß ich wenn wir ihr nicht helfen und so das war knapp meine beine zittern immer noch mit der karte kann man wohl nichts falsch machen selbst so wie viele abenteuer ziehen ohne eine gute landkarte ist richtig kein einziger haben sich die haben sich alle werden sind gestorben wenn nicht einer von denen wir wohl lassen wir den segen wieder bringen ich hätte wissen müssen dass du daran denkst es ist ein großstand man hört die schlimmsten gerüchte ich weiß nicht was sie wegen den segen zu unternehmen soll aber ich schalte nicht nach seltsamen eignissen und ähnlichen zu fragen wenn ich im leben eines gelernt habe dann das hinter allen größten problemen der welt seraphin und helen stecken können diese tiger nicht so zurück lassen die gesamten ruinen einfach wieder reißen vor ganz ruhig nur ein scherz ich hätte sowieso nicht dass wir kraft darauf hätten ich glaube unsere einzige chance die bosheit und auslösen ist die helen zu besiegen das wird nicht gleich doch das wird nicht gleich sie sind über den ganzen kontinent verstreuert vielleicht öfter mit ihr sprechen sollen das meist wenn diese dingens fahren war nicht dass wir in dieser riesigen domäne waren da hat sie nur gesagt ich habe ein schlechtes gefühl hier stehen ja so sachen über die andere stadt und so was sie Das war's für mich. Ich habe mich nur auf die Hände gelegt. Ich habe mich nicht auf die Hände. Ich habe mich über den Geist, und ich habe mich mit dem Geist. Aber was ich für den Geist? Ich habe mich nicht gesehen, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich habe mich für einen Geist. Ich habe ihn schließlich gesehen. Ich habe ihn von einem Schlosser-Gonkang gesehen. Die Stadt der Gondor-Gonkang ist wirklich so? Ich habe ihn in der南 des Brieger der Godo-Gin. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt nicht mehr wissen. Wie sieht man das aus? Es ist ein ausgesprochenes Schmutz. Ich bin ein Verhältnis von den anderen. Ich verstehe, ich verstehe, dass ich die Kiongäste habe. Ich werde die Kiongäste anwenden. Ich verstehe, dass ich hier einen Kiongästen will, dass ich auch die Kiongäste habe. Wenn du ein Kiongäste anstattest, dann kannst du den Kiongästen anstattest. Ich würde nur noch mal, dass ich das Kiongäste kann. Ich bin ein Foto, was ich? Ich bin ein Foto. Ich bin ein Foto von Gordos. Aber ich bin ein wenig. Aber ich bin ein Foto. Entschuldige dich! Das ist nicht so, dasselbe von Jäbis geht. Die Jäbis geht nur, aber ich bin ein Foto. Der Jäbis geht nur mit Jäbis, aber ich bin ein Foto. Das ist halt so. Ich bin ein Foto von Jäbis. Ich bin ein Foto. Ich würde mich nicht so verstehen, aber ich würde mir nicht ein Wissen von Rollens anbeten. Ich könnte mich nicht verletzen, dass ich die Heilsammeierst bin. Ich würde mich nicht verletzen, dass ich mich überraschend hätte. Ich würde mich überraschend sagen. Sehr gut. Ich würde mich ganz sicher sagen. Ich würde mich auch erklären, dass ich euch ein bisschen erzählen würde. Ich würde mich nicht sagen. als ich dann direkt eingehen soll also ich die ganzen sachen gelesen habe gerade Ich glaube, das wird weitergegeben. Okay. Löwengeheul, okay. Ich spute an das Löwen in der Hand, so was sie wieder frei lassen. Dein Gegner wegstrukturiert, verborgenes Satz von Himmelsstroh. Ma, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, dass ich nicht nur das, was ich will. Ja, das ist ein tolles Werk. Danke, Selgei. Ich bin schon immer noch ein Mann. Selgei ist es nicht so gut. Ich bin auch Selgei. Selgei? Ich glaube, ich bin der König. Also, ich möchte mich über die Kontakte nicht auf dem Weg bringen. Aber in diesem Fall ... ... gibt es keine Nachricht. Entstanden! Ich finde die Kontakte, wir können mich überlegen. Ich bitte. Das ist das Geheimnis. Die Nummer A48. Ne, A38. Ah, Rose-san! Was ist das? Wir müssen nach dem Kamprii der Kamprii durchgehen. Entstanden, das ist die Kamprii der Kamprii. Wo ist die Kamprii? Wo ist die Kamprii? gut dann haben wir in der aufgabe jetzt wo ich diese ganzen texte gelesen hat das gefühl wir könnten noch ganz viele anderen sagt man hallo also einen langen weg nach ok das macht mich jetzt schon wieder paranoid immer mal nach lastern bell ist die stadt glaube ich ne problem ist ich kann jetzt nicht ich kann ja nicht mal hinten so weit ja nicht blöde hund der seraphim war können wir den ich zu lastern bell bringen ich brauche mal wieder ein herrscher des landes schon ewigkeiten ich werde herrscher des landes gesehen vielleicht noch mein gasthaus ja ich gehe noch mein gasthaus abschnarchen und da ist aber noch gibt die kardinalin und der papst jaっぱり数奇境はヒョウマだったな ああ 正体まではつかめなかった つまり 民のためと言ってはいたが 自分の欲望で動いてるってことだね そんなものよ 人間なんて強すぎるほどの責任感を持った方でしたね 自分が何とかしなければという思いが自己正当化と結びついてしまったのだろうね 要するに器じゃなかったってことだよね 凶行が逃げたのが原因なのか それはわかりませんが どうせの仕事に関わることだよね そう だから 教皇を見つけて どんな奴か見きわめないと それ とにかく秘力を手に入れないと あとのことはあとのことだ そうだな 教皇様を探しそう ゴドジンへゴー あ vielleicht Gedankenanstoß 今日は結構食べちゃったな ちょっとお腹が痛い あらあら 食べ過ぎは行けませんわよ ちなみに天底は 食べ過ぎてお腹壊したり 太ったりとかしないの? 寝る変な言い方をしますと 思いは形になる という感じですわね なんのこっちゃ カロリーを摂取して太るのではなく これだけ食べたら太るだろうな という思いが形に わあ 逆に言うと 思わなければオッケーってこと? いえ 言い証の否定は 汚れにつながりも 避難しながら 現実逃避は 許されないですわ 結局のところ 人間と同じに考えていただけると ややこしい 疲れにつながり 悪い 疲れにつながり 疲れにつながり 何か 何か 疲れにつながり ワーハー 疲れにつながり そしたら そしたら 違う 一つのスキル ツカ 75 の スキル 同じ スキル 何 スキル die ist zunächst versiegelt ist ich habe kein mal verstanden am turnier per skiz erklären das macht es nicht so viel besser in der stadt noch irgendwas verlegen ich glaube nicht dann gehen wir raus ja ich weiß schon was wäre passiert wenn ich mich nämlich gesehen hätte so dann gehen wir mal vor warum ist die musik so traurig ja mal nach ich kann ja nix wohin da ist das problem ich bin ich bin ich kann nach lastermelde gehen ob ich da über machen kann das land ist also ein brechen was weiß ich die ganzen dinger stehen ja da das gespräch zur auswahl deswegen nehme ich mal wir können auch irgendwie was machen da zum beispiel diese wasserfähigkeit wird mir gefallen wenn ich mal nicht von gegen die der umzwingend werden will ok das ist eine lila ne ich habe bei den sperlingsfädern eine ganz entzückende pfeife abgegriffen sie ist wirklich wundervoll gearbeitet ich mag sie sehr aber geld mag ich noch mehr ich könnte mich für 5000 geld von ihnen trennen passt das meinetwegen sagt die pfeife von seinem großvater die handwerkskonten ist gut aber die wundervolle wärme mit der sie glüht ist ganz besonders sie ist ein wahrer schatz du hast eine quest ach du bist also erhielt es tut mir leid wenn ich unüpfig bin johann aber ich möchte dich um einen gefallen bitten seraph sind da herrscher des landes für diese stadt ist neulich davon gelaufen ich war so dankbar wenn du sie für mich suchen würdest ich will ja das selbst tun aber in der zeit sind so viele helions unterwegs sie wollte zum see wahrscheinlich hat sie im unterirdischen see in der kamen untergrundhöhle gemeint cambria ok muss ich sofort sein wenn du mal zeit hast ich wäre dir wirklich sehr dankbar der druck aber nicht irgendwie cambria hab ich glaube ich noch nicht gefunden oder ich kann uns wenn das problem Kann ich nicht da zu den Engels wieder zurück? Kann ich nicht hier raus einfach? Oh, ein Donut. Schein nicht. Warum kann ich nicht hier raus? Ah, dass die Feinde des Staats versuchen werden, rein zu infiltrieren. Ja, super. Kamri, ja, ich hoffe, wir kommen da irgendwann hinten. Ich kann mal noch eine Kirche nachgucken. Dann kann man weiter. Da ist nicht die Kirche. Wie sieht es aus, wie der Typ, den wir in Dings begegnet sind? Weil schon. Pendrago. Kann man wenigstens hier eine Quest bekommen. Wir haben Opas Pfeife bekommen, sehr gut. Wertvolle Handarbeit gefertigt. Weil dieses Truf ist, ob ich da noch irgendwie auch machen kann. Und dann weiter. Im Text nehme ich an. Unterplätze. mein netzform gegen den plopfschutz gekommen da müssen wir sowieso hin okay wir machen da unten ja gehen wir mal dahin hier jetzt noch wüsste wo südlich ist okay cool vielleicht meine stadt hingegangen ich mache aber mal ich habe ja nicht gespeichert im letzten park also nach dem letzten part da kriegen wir auch nicht mal wie ein herrscher des landes gefunden da stimmte war ja blockiert vorher dann können wir hier endlich weiter rein und gucken was hier so ist ich denke hier ist die ganze zeit eingang besser wäre wenn wir jetzt in der schluss landes direkt finden dann noch mal kurz rausgehen können kamriah höhle da sehe ich doch schon mal viel besser kann es nicht mehr werden gar nicht ich glaube Okay, warte. Okay, ich glaube, wir gehen dann erstmal Chris machen und gucken. Heine! Peace! Heine! Und nochmal, buf! Und nochmal, buf! Er ist eigentlich nur ein Biest, ne? Gnormen überhaupt? Okay, genug Gnormen versammelt zu haben. Ja, riesige Gnormen zu eigenen Ehren bauen zu können. Okay. Na gut. Hey, na? Du Spenst, oh Gott. Rose wird durchdrehen. Alter, was kriegen wir so viel Schaden? Das ist 37, ey. Habt sie doch mal da. Ja. 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 Das war schon wieder sehr, sehr. Ja. 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 ok ich glaube ich werde nach dieser aufnahme trainieren drei parts aufgenommen war schon wieder mehr als genug wünschen mir nur ich war es das ist nicht fair wenn ich noch nicht nach jeder trainingssession über neues lernen wir uns ein neuer gegner wenn diese 10.000 treffer da kann man mit dem schwert irgendwie noch was machen ganz am anfang ich spiel aber ich kann wieder hoch ok da wollte ich nicht hier so hin war ich muss echt an der Welt stehen ich wollte eigentlich nur den ding zu holen bestimmt da hoch und dann darüber springen mit der reichweite hat glaube ich nichts zu tun nur die herrscher seine sie anscheinend den herrscher des landes finden und dann abhauen ich kann nicht darüber echt warum nicht ich glaube das kann man den packt vergessen nach diesem party trainieren ich bin ja irgendwie noch ein speicher über so wenn ich dann rennstatt zurückhalt weil ich muss wieder stärker beinahe dafür da gehe ich noch gar nicht so viel kämpfen aus dem weg jetzt gehe ich natürlich aus dem weg wenn ich sowieso jetzt nachdem er geht weg im putzlappen genau wie diese kurzen zauberer in den ruinen wo die assassinen gelder war weil irgendwie auch so stark unmenschlich hallo die tiara amphibol marke die schlechter ist aber im feldspaten dingen schon ich dachte schon ist einfach mal kommende das perfekte dazwischen hier weg jetzt sind schon wieder einen neuen level über mir ich werde auch ausgehen weil sie nicht drei vier level oder so hoch trainieren aber ich möchte nicht so viele sachen aufs queen lernen weil alles aufnehmen warum sie jetzt hier ich den ganzen weg nur um rennen schlägst du mal wo ich bin ja alter alter muss er runter oder war ja ich werde ja noch mal alles abklappern weg ehrlich zum glück hat er mich nicht getroffen so das wieder Amphivol durch habe ich jetzt keine Zeit ich müsste ja eigentlich noch da hinkommen irgendwie oder wahrscheinlich wartet da irgendein kampf oder so noch mal zum nein er war unnötig wir sagen wir ich kann trotzdem jetzt darüber ich mag die höhle nicht weil zeitverschwendung ja und so bin ich dann hingegangen ich sage ich rüber kann zurück zum speichern und speichern und dann auf screen trainieren und ich hoffe ich lerne jetzt nicht nach jedem level ab wieder irgendwas passiert jetzt die ganze zeit nämlich ich kann doch darüber ja das ich wahrscheinlich schreibe ich dahingeh ne auch nicht Wurfpumps ok will ja gar nicht den ganzen weg langlaufen jetzt bricht hier sowas von ein auf marke ich werde hier auf screen raus aus der wille gehen ich werde im pack beenden und dann wieder zurück zum speichern und rennen auf screen trainieren ein level und dann hier wollte ich gar nicht hin oder sehen wir uns in der nächsten folge wo ich dann level fast 30 bin ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage fertig sage dann tschüss bis zur nächsten folge awkward so tschüss